Hallo Martin, zu dem Webfestival gab es sehr viele Fragen und ein paar davon möchte ich dir jetzt gerne vortragen. Da kam zum Beispiel die Frage auf von Stefanie, Tanja, Alette, Uli, Dagmar, Helga, Nadine, Claudia und vielen anderen noch zum Beispiel. Ja, wie erkenne ich überhaupt meine Berufung? Wie finde ich meine Berufung? Ideen habe ich hunderte, kamen zum Beispiel auch auf, aber was habe ich davon und wie kann ich das in meiner Berufung umsetzen? Okay, dazu muss ich so ein bisschen erstmal Grundlagen legen, damit man das Thema, ja, so ein bisschen, diese Frage ein bisschen leichter beantworten kann. Und das Erste, was man sich, glaube ich, klar machen muss, ist, dass wir in uns drin zwei unterschiedliche Formen von Intelligenzen haben. Der Verstand und das Herz. Und der Verstand ist die Form von Intelligenz, die wir quasi von Geburt an entwickeln und die dafür da ist, dass wir einigermaßen sicher durchs Leben kommen. Das ist so eine Hauptaufgabe vom Verstand. Und das macht er so, indem er versucht, die Welt im wahrsten Sinne des Wortes zu verstehen. Das heißt, du hast ein Kind, das irgendwie mit Lego spielt oder was weiß ich, so ein Auto zum Beispiel von einer Plastikbrücke stürzen lässt oder sowas. Das guckt sich einfach an, wie läuft das Ganze, wie funktioniert das Ganze. Und der Verstand entwickelt dann im Laufe der Zeit so etwas, was man in den Neurowissenschaften als neuronale Wissenskarten bezeichnen würde. Das heißt, der legt sich ganz viel Know-how an, damit wir quasi einigermaßen sicher und gut durchs Leben navigieren können. Und man kann den Verstand auch vergleichen als einen Geschäftsführer, der in einem Unternehmen die Geschäfte leitet, auch täglich Entscheidungen trifft und dafür zusieht, dass der Laden läuft. Und er ist derjenige, der sozusagen im Tagesgeschäft aktiv für uns, für unser Wohlergehen, für unsere Sicherheit unterwegs ist. Das ist die eine Form von Intelligenz, die wir haben. Es gibt aber noch eine zweite und das ist das Herz oder wie ich es auch gerne nenne, die innere Stimme oder andere Leute würden sagen, mein Bauchgefühl oder auch meine Intuition. Und diese Instanz, die ist ganz anders getaktet als der Verstand. Ja, die kann die Welt auf einer ganz anderen Ebene begreifen, eher so aus einer ganzheitlichen Sicht. Und diese Instanz weiß auch, was unsere Berufung ist. Unser Verstand ist der Teil in uns, der wirklich die ganze Zeit nachdenkt, auch unsere Gedanken kritisch hinterfragt, Schlüsse zieht und analysiert. Und das macht er auch richtig gut, wenn wir ihn gut füttern und auch gut trainieren. Aber was er eben nicht weiß, ist, was uns Freude macht, was uns Erfüllung bringt und er weiß auch nicht, was unsere Berufung ist. Und das Problem Nummer eins, das viele Leute haben, wenn sie versuchen, ihre Berufung zu entdecken, ist, dass sie versuchen, das über den Verstand zu lösen. Und dass der Verstand einfach überfordert. Ja, das wäre das Gleiche, als würde man dem Gärtner sagen, bitte konzipiere mal ein Haus. Das kann er nicht. Ja, der ist in anderen Bereichen kompetent und die Kompetenz des Verstands ist wirklich eindeutig darauf ausgerichtet, dass wir irgendwie durchs Leben kommen und dass wir finanziell sicher sind, dass wir emotional sicher sind, dass wir in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen sicher sind und dass wir die Ziele, die wir uns vorgenommen haben, auch einigermaßen gut erreichen können. Das macht der Verstand. Und die innere Stimme oder das Herz, das kennt unseren Lebensplan, unsere Berufung und das weiß auch, was uns tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ein erfülltes Leben bringt. Und wenn wir die Berufung finden wollen, müssen wir lernen, mit diesen beiden Intelligenzen gut umgehen zu können. Das heißt, wir müssen auch verstehen, wie das Zusammenspiel funktioniert zwischen diesen beiden Intelligenzen, denn die gehören zusammen. In manchen spirituellen Lehren zum Beispiel wird oft gesagt, ja, befrag nicht den Verstand, lass den mal außen vor, der stört dich nur. Oder das ist irgendwie so ein Teil, der irgendwie gefährlich ist. Das habe ich auch schon gelesen bei manchen Gurus, ja, den Verstand soll man mal ganz ausschalten. Und das ist Quatsch. Die Wahrheit ist, die beiden Kräfte müssen zusammenarbeiten. Und die Zusammenarbeit sieht so aus, dass du dein Herz befragst, ja, was ist das, was mir wirklich Freude bringt, ja, was ist das, was mir Erfüllung bringt, was ist das, was meine, ja, mein Lebensplan, mein Lebenssinn ist. Und den Verstand holen wir dann dazu, weil das ist derjenige, der dann die Pläne schmiedet. Also der sich dann auch zum Beispiel Gedanken darüber macht, ja, wie kriege ich das Ganze denn umgesetzt? Ich gebe mal ein Beispiel, wie das funktioniert, dieses Zusammenspiel zwischen Herz und Verstand. Nehmen wir mal an, jemand kriegt für sich raus, ja, wenn er seine innere Stimme befragt, hier Coaching und Training, das ist etwas, was mir wirklich Freude bereitet, wo meine Augen anfangen zu leuchten. Das ist das, was dir die innere Stimme sozusagen als Ziel, als Berufung vorgeben kann. Und der Verstand setzt dann ein und stellt die ganz kritischen Fragen. Der fragt zum Beispiel, okay, wie willst du davon leben? Ja, du hast eine Miese zu bezahlen oder ein Haus abzubezahlen, wie soll das Ganze finanziell funktionieren? Was werden die anderen sagen, wenn du plötzlich als Trainer aufschlägst oder als Trainerin aufschlägst? Ja, finde ich das vielleicht ganz merkwürdig. Was ist zum Beispiel, wenn du versagst und keinen Erfolg hast? Ja, solche Szenarien spielt der Verstand einfach durch, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Was ist, wenn du erfolgreich bist und die anderen finden dich plötzlich scheiße? Ja, lehnen dich ab irgendwie, sind gar nicht damit happy, werden vielleicht neidisch oder eifersüchtig. Und diese Szenarien geht der Verstand durch und genau das macht die Leute an der Stelle auch sehr wuschig. Weil die nicht verstehen, dass der Verstand letztendlich nur sicher gehen will, dass du safe bist, dass du auf der sicheren Seite bist. Und was der Verstand macht, ist, dass der Hypothesen entwickelt, Theorien entwickelt, was möglicherweise passieren könnte. Und einen Tipp, den ich den Leuten gebe, wenn die merken, dass der Verstand sehr viel kritische Fragen stellt, ist etwas, was ich als Kopfgoogeln bezeichne. Kopfgoogeln heißt, dass du deinen Verstand bewusst durch Fragen führst. Denn das ist das, was der Verstand auch möchte. Der möchte gerne von dir geführt werden. Und Kopfgoogeln, das geht so ein bisschen darauf zurück, wie Google als Suchmaschine funktioniert. Wenn man zum Beispiel eingibt, ich möchte gerne BMW Mini haben, dann wirft die Suchmaschine, was weiß ich, wie viele Millionen Suchergebnisse raus. Wenn ich aber sage, ich will ein BMW Mini Cabrio haben, wird die Suche eingegrenzt, du kriegst eine andere Antwort sozusagen von Google. Und das Gleiche funktioniert auch mit deinem Verstand. Also zum Beispiel, wenn du über eine Idee nachdenkst, die dich begeistert, und du fragst dich, warum kann das in die Hose gehen? Ihr könnt das gerade vielleicht selber mal ausprobieren. Warum könnte das in die Hose gehen? Oder warum ist es vielleicht total schwer, das zu realisieren? Wenn man sich diese Fragen stellt, dann beginnt der Verstand darauf, Antworten zu finden. Ja, du hast ja noch gar keine Ahnung von dem Gebiet. Du, könnte ja sein, dass die Leute das gar nicht gut finden, was du da sagst. Dann werde ich dich kritisieren, das kann dir vielleicht wehtun und so weiter und so weiter. Wenn du allerdings jetzt deinem Verstand eine andere Frage stellst, also sozusagen das Googlen mal umstellst, indem du sagst, warum kann mir das gut gelingen? Warum könnte das ein großer Erfolg werden? Ja, warum könnte mich das glücklich und erfüllt machen? Warum könnte mir das richtig viel Geld bringen? Dann, wenn ihr es gerade auch mal ausprobiert, in dem Augenblick beginnt der Verstand nach neuen Antworten zu suchen. Und, ja, da wird er vielleicht sagen, naja, es könnte ja doch funktionieren, weil Trainer und Coaches verdienen ja auch ganz gut. Oder du hast ja schon in der Vergangenheit Leuten was erklärt und das fanden die gut, hast du gutes Feedback bekommen. Das heißt, der Verstand liefert uns Antworten auf die Fragen, die wir stellen. Und wenn wir mit dem Verstand gut umgehen wollen, müssen wir verstehen, erstens, der Verstand hinterfragt einfach alles, alles, wie so ein Boxer, ja, der sagt, hier, komm, irgendwie diese Idee, die ist mir noch zu schwach, ne, ich teste die jetzt auf Herz und Nieren, ich fordere die raus. Und der erwartet im Prinzip, dass du so ein bisschen so zurückboxt, ja, und sagst, okay, du hast recht, ich habe keine Ahnung, wie ich davon leben kann, Verstand, dein Job ist es jetzt mal zehn Wege zu finden, wie ich damit in relativ kurzer Zeit schon mal so viel Geld verdiene, dass ich meinen Verpflichtungen nachgehen kann. Und das ist etwas, was viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Das ist etwas, woran viele Leute auch verzweifeln. Das heißt, sie haben eine tolle Idee, sie spüren, dass das richtig ist, die Augen fangen an zu leuchten und dann kommt die Meckerstimme und sie glauben, diese Idee ist falsch. Da stimmt was nicht. Und das macht diesen Menschen das Leben so schwer. Und in dem Augenblick, wo sie begreifen, der Verstand will die Idee nicht malheitlich machen, er will nur, dass sie durchdacht ist, dass sie Hand und Fuß hat, dass sie bodenständig ist und dass sie auch im echten Leben funktioniert. Und dass der Verstand vielleicht sehr berechtigt die Dinge hinterfragt, damit du weiterdenkst, das durchdenkst, auch wirklich planst, bodenständig machst. Dann wird aus der ganzen Geschichte ein Schuh draus. Und Menschen, die, sag ich mal, viel Herz haben und wenig Verstand benutzen, die kriegen einfach ihre Sache oft nicht auf die Kette. Das sieht man auch so in der spirituellen Szene. Es sind oft Leute, die wirklich gute Intentionen haben, aber ihre Sachen nicht gut organisiert haben. Die kriegen das einfach nicht auf die Reihe, weil ihnen der Verstandesanteil an der Stelle noch etwas fehlt. Kann man ja dazu holen, aber da fehlt er. Aber umgekehrt gilt auch, wenn du nur an deinem Verstand bist, landest du relativ schnell auch in Angstgefühlen. Weil der Verstand nicht weiß, ist, der kann dich nicht navigieren. Der Verstand ist so kritisch und letztendlich, wenn man so möchte, auch so unsicher, dass der einfach alles hinterfragt, auch sich selbst. Und das merkst du zum Beispiel bei Leuten, die besonders klug sind, dass sie häufig auch sehr ängstlich sind, weil der Verstand eben auch sehr negative Szenarien ausmalen kann. Und das kann uns dann so verschrecken, dass wir eben das Selbstvertrauen verlieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese beiden Kräfte zusammenbringen. Ja, vielen Dank, Martin. Dann gehen wir direkt mal zu der nächsten Frage von Marino und Carmen. Ja, wie kann ich überhaupt meine innere Stimme kontaktieren? Zum Beispiel, viele Jahre hat mich mein Verstand in andere Richtungen geführt und nun bin ich so weit weg von meinem Ruf, dass es mir vorkommt, als finde ich den Weg zu meinen Herzen nicht mehr. Welche Möglichkeiten siehst du da? Ja, also dazu ist es wichtig, dass man einfach diese inneren Intelligenzen auch differenziert wahrnimmt. Und Verstand kannst du zum Beispiel ganz einfach dadurch rauskriegen, dass du den zum Beispiel fragst, wie viel ist 5 plus 3? Und da kriegst du eine Antwort. Ich hoffe mal, dass da 8 mal rausgekommen ist. Ja, aber das, was da geantwortet hat, innerlich, ob ihr das als Bild gesehen habt oder ob man das als Stimme gehört hat oder sowas, das ist die Stimme des Verstandes. Das Herz kannst du im Prinzip ganz einfach kontaktieren. Ich habe dafür einen ganz einfachen Prozess entwickelt, der in der Regel klappt wie eine Eins. Und ich habe hier unten unter diesem Interview auch noch ein Beispiel von dem Martin Glanert von Netrepreneurs, wo man diesen Prozess auch sehen kann. Aber ich will ihn jetzt ganz kurz einmal erklären, damit man versteht, wie er funktioniert. Der erste Schritt, den du machst, ist, dass du an einen Menschen denkst, den du liebst. Und es spielt keine Rolle, wer das ist. Das kann dein Partner oder Partnerin sein. Es sei denn, du hast gerade mit ihr oder ihm Knies, dann lieber nicht. Häufig sind es Kinder, die man irgendwie in sein Herz geschlossen hat. Es kann aber auch sein, dass man jemanden aus der Familie nimmt oder vielleicht auch Opa oder Oma oder ein Tante oder ein Onkel oder irgendjemanden, den man einfach in sein Herz geschlossen hat. Und wenn jemand sagt, ja, ehrlich gesagt, bin ich momentan eher so mit allen so ein bisschen überquer, ja, da habe ich niemanden so richtig in meiner Umgebung, dann darf es auch gerne ein Tier sein. Das ist auch okay. Also vielleicht hat man ein Haustier, Wellensittichhund oder sowas. Spielt keine Rolle. Und wenn das auch nicht geht, dann darf man sich gerne eine Situation auswählen, wo man einfach mal total gut drauf war. Entscheidend ist, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel an diesen Menschen denkst, ja, dass du vielleicht an die Situation denkst, wo du auch diese Liebe für diesen Menschen gespürt hast. Und dann achtest du da drauf, wo du dieses Gefühl der Liebe wahrnimmst in deinem Körper. Und bei den meisten Menschen ist das so, wenn die also jetzt zum Beispiel an jemanden denken und diese Liebe spüren für diesen Menschen. Ich mache das jetzt gerade zum Beispiel live, ja, dass ich an meinen Sohn Milton denke. Dann spüren die das hier im Brustbereich, manchmal auch im Bauchbereich, aber sehr häufig so im Brustbereich. Und sobald du dieses Gefühl spürst, stellst du dem zwei Fragen. Und die erste Frage, die du stellst, ist, liebst du mich? Und du achtest einfach da drauf, ja, wie das Herz reagiert. Ich mache das jetzt gerade auch. Und bei mir macht sich das jetzt zum Beispiel gerade richtig auf. Ja, das wird ganz weit. So, das ist eine Antwort. Da habe ich jetzt ein Ja bekommen. Jetzt stelle ich die zweite Frage. Findest du mich bescheuert? Und dann geht bei den meisten Leuten das zu oder die Energie wird weniger oder es fühlt sich ein bisschen verspannter an. Und damit hast du schon die beiden Antworten von der inneren Stimme bekommen. Weil die innere Stimme, das Herz kann auf die Frage, ob es dich liebt, gar nicht anders antworten, außer dass es dich einfach abgöttisch liebt. Das kann es nicht anders. Das Herz oder die innere Stimme oder was immer auch da spricht, das ist Liebe pur. Und das liebt dich genauso, wie du bist. Wenn du den Verstand fragst, der wird immer so Sachen haben. Ja, da hast du ein paar Kilo zu viel drauf. Und wie siehst du wieder aus? Und wie der Nahe solltest du mal wieder machen? Und so weiter und so fort. Das ist der Verstand. Das ist ja ein Job. Das soll er ja auch. Er soll uns ja auch hinterfragen. Aber das ist, wie wir die innere Stimme kontaktieren können. Und das reicht. In dem Augenblick, wo du diesen Kontakt hergestellt hast, hast du schon mal ein Ja und ein Nein. Und dann kannst du anfangen, dieser inneren Stimme einfach Fragen zu stellen. Ist das zum Beispiel das Richtige für mich? Und dann einfach darauf achten, was da kommt. Das funktioniert in der Regel wie eine Eins, habe ich gerade schon gesagt. Aber es gibt auch Ausnahmen. Es gibt Menschen, die trotzdem diesen Draht nicht hinbekommen. Und wenn das der Fall ist, dann hat das häufig was damit zu tun, dass sich irgendwann in der Vergangenheit mal was ereignet hat, wo jemand entschieden hat, ich will dieses Gefühl nicht mehr wahrnehmen. Ich will diese Liebe in meinem Leben nicht mehr haben. Das kann zum Beispiel in der Kindheit passiert sein, dass da irgendwas mit den Eltern war, was schwierig war. Aber das muss nicht immer in der Kindheit sein. Das kann zum Beispiel auch eine Beziehung gewesen sein, die einfach in die Hose gegangen ist. Oder vielleicht, wo jemand einen betrogen hat oder schlecht behandelt hat. Und dann hat man irgendwann diesen Schmerz gefühlt und hat sich gesagt, das ist mir zu viel, damit will ich nichts zu tun haben und hat einfach erst mal die Klappe dicht gemacht. Und in dem Fall, wenn man also merkt, ich komme gar nicht an dieses Gefühl ran, in dem Fall ist es notwendig, dass man erst mal was anderes macht. Nämlich, dass man diese Sachen, die man nicht so gut verarbeiten konnte, dass man die auflöst. Dass man entweder was mit Selbstcoaching macht, dass man guckt, was sind das für alte Erinnerungen und das auflöst. Oder dass man sich vielleicht auch einen Coach sucht, um erst mal diese Barriere freizuräumen. Und meine Erfahrung ist, dass circa 30 Prozent aller Leute, mit denen ich so arbeite, tatsächlich erst mal diese Barriere auch haben. Und dass man dann guckt, was sind das für Barrieren und die beiseite räumt. Das sind oft nur ein oder zwei Sachen und wenn man das geregelt hat, ist das schon gut. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, die dazwischen funken kann, ist der Verstand. Und das ist wichtig, an dieser Stelle absolut achtsam zu sein. Wenn der Verstand dazwischen funkt, dann hat das einen Grund. Und der Grund ist häufig, wenn ich das mal ehrlich sage, dass er ein bisschen eifersüchtig ist und auch ein bisschen ängstlich ist. Weil der Verstand hat bei den meisten Menschen 20, 30, 40, 50 Jahre die Geschäfte geleitet. Weil Geschäftsführer in einem Unternehmen, dein Leben sozusagen, hat die Geschäfte geführt. Und jetzt kommst du plötzlich daher und sagst, ja, Verstand, alles gut und schön, aber hier innere Stimme. Das ist hier der Meister, der Oberchef oder sowas. Und das ist so, als würde man als Geschäftsführer die Geschäfte leiten und plötzlich, nach 20, 30 Jahren, kommt irgendwie aus Hawaii, aus dem Urlaub oder was weiß ich, aus dem Exil der Inhaber zurück. Und da fragt sich dann der Geschäftsführer, okay, wenn jetzt der Inhaber auch wieder da ist, was ist denn mit mir? Dann erzähle ich jetzt vom alten Eisen oder werde ich jetzt vielleicht sogar entlassen. Und das will der Verstand nicht. Und die gute Nachricht ist für den Verstand, das wird er auch gar nicht. Im Gegenteil, das Herz, die innere Stimme ist auf den Verstand angewiesen. Ohne diesen Anteil, ja, der sich mal hinsetzt und rechnet oder den Anteil, der immer sagt, wir müssen das mal hier, die Selbstständigkeit, da müssen wir mit dem Steuerberater sprechen oder mit dem Rechtsanwalt sprechen, dass es auch rechtlich alles sauber ist. Ohne diese, sage ich mal, rein weltliche, bodenständige, praktische Vorgehensweise, auch das Kalkulierende, Berechnende, wirst du sowas gar nicht auf Reihe bekommen. Das heißt, wenn du merkst, du willst deine innere Stimme befragen und der Verstand funkt dazwischen, dann versuche ihn nicht zu verdrängen, weil das geht eh in die Hose, das wird nicht funktionieren, sondern hole ihn mit an den Tisch. Sag, es ist gut, dass du da bist. Es ist perfekt, wenn du dich hier zu Wort meldest. Lass uns einen Weg finden, dass wir der inneren Stimme zuhören und du hast hier ein Wörtchen mitzureden. Du bist der Geschäftsführer und wir brauchen dich, um diesen Ruf umzusetzen. Und wenn du diese beiden Sachen auf den Schirm kriegst, den Verstand zu beteiligen und eventuell alte Schoten sozusagen aus dem Weg zu räumen, dass der Weg frei ist, dann hast du den Rat. Viele erfolgreiche Menschen sind ja deswegen erfolgreich geworden, weil sie einfach auf ihren Herz gehört haben, einfach auf ihre innere Stimme. Ja, das stimmt. Und das ist ganz faszinierend, weil ich habe mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt und festgestellt, dass das bei sehr vielen Leuten der Fall ist. Beispielsweise, wo man es gar nicht erwartet hätte, bei Albert Einstein, Wissenschaftler, der hat sinngemäß gesagt, ja, der Verstand ist schon eine hilfreiche Geschichte, aber wenn du wirklich zu den interessanten Erkenntnissen vorstoßen willst, brauchst du die Intuition. Das ist sozusagen der Chef und der Verstand, sagt er, ist eigentlich eher der Diener und er bemängelt auch so ein bisschen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die den Diener zum Chef gemacht hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Verstand ein Diener ist, sondern ich sehe ihn schon als gleichberechtigten Partner in der ganzen Geschichte, aber Einstein hat es gesagt. Das finde ich interessant für einen Wissenschaftler. Ein anderer sehr bekannter Mann, der das gesagt hat, ist zum Beispiel Steve Jobs, der Chef von Apple, der das iPhone entwickelt hat, das iPad entwickelt hat, also der viele große Durchbrüche in vielen verschiedenen Industrien geschaffen hat. ob das im PC-Bereich ist. Er war der Erste, der dieses intuitive Betriebssystem sozusagen ans Licht der Öffentlichkeit gebracht hat, das wir heute alle nutzen, ob wir es unter Windows oder Mac nutzen, plus eben die Revolution, die durch Smartphones entstanden ist. Und das Interessante ist, was Steve Jobs gesagt hat, wenn die zum Beispiel Produkte konzipiert haben, wie das iPhone oder iPad, dann haben die nicht Fokusfragen gemacht, sie haben auch keine Marktbeobachtung gemacht, das würde jetzt der Verstand machen, sondern die haben sich gefragt, was würde ich lieben? Was würde ich lieben? Worüber würde ich mich freuen? Was wäre großartig, wenn ich das hätte? Was würde in mir entzücken? Delight, so sagt er das, auslösen. Und das ist der direkte Weg zum Herz. Da hat er sich direkt davon führen lassen und dann hat man quasi in dem kleinen Team etwas entwickelt, das ist jetzt hochinteressant, was die Menschen lieben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal das iPhone 6 oder das iPhone 6 Plus nimmst, die sind ja jetzt gerade rausgekommen. Und wenn du dir dann einfach mal vor Augen führst, wie viele Menschen Mengen da vor diesen Stores gewartet haben, um das erste iPhone zu ergattern, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass sich in New York eine Schlange bildet, die hunderte von Metern lang ist und sich an zig Blocks entlang strengelt? Das liegt daran, dass die Menschen, so glaube ich, diese Liebe, die da reingeflossen ist, die Liebe auch ins Detail, die Liebe zu diesem Produkt, dass die Leute das spüren und deswegen springen die auch darauf an. Und ich glaube einfach, dass Liebe im Job, im Beruf und selbstverständlich in Beziehung einfach der wichtigste und ausschlaggebende Erfolgsfaktor ist. Dankeschön, Martin. Dann gehen wir direkt zur nächsten Frage über. Die ist von Patricia, Martina, Dala und noch vielen anderen. Ich kann mich nicht entscheiden, so viele Chancen und Optionen und mir liegen so viele Dinge und ich bin sehr leicht begeisterungsfähig und für alles Mögliche und es fällt mir einfach schwer, mich überhaupt für eine Sache zu entscheiden. Wir haben schon einen Teil davon, warum das passiert, gerade ausgelotet und das hat was möglicherweise mit dem Verstand zu tun. Da muss man darauf achten, dass wenn man etwas hat, was einen wirklich begeistert und dann setzt der Verstand ein, dass man sich davon nicht so in Angst und Schrecken versetzen lässt, sondern dass man da lernt, mit dem Verstand konstruktiv umzugehen. Das ist der eine Grund, warum das passieren kann. Es gibt aber noch einen zweiten und das nenne ich den sogenannten Schmetterlingsfaktor. Und zwar ist das so, dass die meisten Menschen, wenn die ihre Berufung erkunden wollen, so etwas sind wie eine Art Raupe. Und eine Raupe, wenn man sich die mal anguckt, ja, die läuft auf Füßen oder Fühlern irgendwie, kriegt die irgendwie so an so einem Baumstamm entlang. Und das ist ihr Fortbewegungsmittel. Das heißt, sie hat ganz wenig Möglichkeiten, sich fortzubewegen, hat ein ganz kleines Areal. in dem sie sich bewegen kann und sozusagen ganz wenig Mittel und Ressourcen zur Verfügung. Und das Problem der Raupe ist, dass sie innerlich weiß, dass sie eigentlich Schmetterling ist. Das ist die Berufung. Aber sie ist noch eine Raupe. Und diese Spannung zwischen dem Raupendasein und dieser Vision eigentlich bin ich ein Schmetterling, das versetzt die Raupe in eine Art, ja, wie soll ich sagen, Unruhe, die unangenehm ist. Und was hinzukommt, ist, dass für die Raupe diese Vision vom Schmetterling vollkommen unrealistisch erscheint. Die Raupe sagt sich, wie in aller Welt, ja, soll ich, die ich hier irgendwie auf dem Boden rumkrauche, Flügel entwickeln und losfliegen. Das geht gar nicht. Und das ist die Situation, in der die meisten Menschen stecken, die auf der Suche sind nach ihrem Beruf. Das heißt, sie haben diese Vision in sich drin, sie hören von ihrem Herzen, ja, dass ein Leben drin ist, das absolut großartig ist. Aber wenn sie ihre aktuellen Lebensumstände betrachten und auch das, was sie bis jetzt vielleicht auf die Beine gestellt haben, erscheint ihnen das vollkommen weit weg, vollkommen unrealistisch. Viele Menschen werden dadurch so unsicher, dass sie deswegen ihre Berufung einfach außen vor lassen. Sie glauben da nicht dran, sie denken, das ist Quatsch, das ist eine Tagträumerei, damit habe ich nichts zu tun. Und das wiederum sorgt dafür, dass ihr Leben nach und nach immer schlechter wird. Ja, weil diese Spannung, die da innen drin ist, diese Vision, die man hat und das, was jetzt gerade aktuell im Leben läuft, das beginnt einen wirklich auch unzufrieden zu machen und unglücklich zu machen. Und das führt häufig dazu, dass man dann merkt, dass man auch mit der Umwelt hadert, dass man im Job nicht mehr so richtig klarkommt und so weiter und so weiter. Und natürlich wäre es das Einfachste für die Leute einfach zu sagen, hey, ich bin eine Raupe, aber in Wirklichkeit werde ich mein Schmetterling werden und ich go, ich mache das jetzt klar, go for it. Aber die meisten Leute können das nicht und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Ja, da sagt uns ja Verstand, das ist doch Blödsinn. Du hast keine Flügel, musst du einfach mal so sehen. Und was dann passiert, ist im Prinzip, dass die Leute in eine Art Krise reingeführt werden und in dieser Krise werden die sozusagen mit dem Rücken an die Wand gestellt, nach dem Motto, du musst jetzt mal eine Entscheidung treffen. Ja, willst du weiter Raupe sein oder willst du, bist du bereit, dich auf dieses Schmetterlings-Dasein einzulassen. Und in dem Augenblick, wo man sagt, ich merke, dass die Art und Weise, wie ich mit meinem Leben umgehe, einfach nicht mehr funktioniert, vorher war das richtig, aber jetzt nicht mehr und indem man anfängt, sich zu öffnen und zu sagen, okay, ich bin bereit, wirklich jetzt mehr auf mein Inneres zu horchen und auch dem Inneren zu folgen, in dem Augenblick passiert etwas, was ich als Verpuppung bezeichne. Das ist auch ganz typisch für Leute, dass die zum Beispiel dann so sagen, ja, ich hatte dann nicht mehr so viel Lust, rauszugehen. Ich habe nicht mehr so viel Lust, mit anderen Leuten was zu machen. Ich ziehe mich mal so ein bisschen zurück. Ich fange vielleicht an, Bücher zu lesen. Ich schaue mir die Interviews beim Webfestival an oder was weiß ich nicht alles. Und dann beginnen die, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und dann gehen die in eine Art Kokon rein, wo die auch merken, so der Umwelt habe ich nicht so viel zu sagen. Sie machen ihr Ding, sie gehen vielleicht auch ihrer Arbeit nach, aber innerlich ist da ein Wachstumsprozess. Und diesen Wachstumsprozess kann man auch nicht beschleunigen, das braucht so ein bisschen seine Zeit. Und dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo einem klar ist, wo die Reise hingeht. Wo man weiß, ja, ich will Schmetterling werden. Ja, ich möchte gerne ein tolles Restaurant eröffnen und wirklich den Leuten ganz neue Köstlichkeiten kredenzen. Ja, ich möchte gerne Trainer sein. Ja, ich möchte gerne was handwerklich machen. ja, dass also irgendwann diese innere Vision klar ist, dieser innere Ruf da ist, das, was in einem angelegt ist, so wie der Schmetterling in der Raupe. Und an der Stelle in dem Kokon kriegen die meisten Leute richtig Schiss und zwar ordentlich. Weil sie wissen, wenn ich jetzt diesen Kokon verlasse, dann führe ich ein ganz neues Leben. Und nichts, wirklich nichts, was ich vorher in meinem Leben erlebt, gelernt, erfahren habe, reicht dafür aus, für diese neue Erfahrung. Und dieser Punkt jagt den Leuten manchmal so ein Schrecken in die Glieder. Weil sie wissen, ich gehe jetzt wirklich in etwas Neues rein. das ist unbekanntes Terrain. Der Verstand kann mir nicht sagen, wie das wird, weil der gar keine Ahnung hat, keine Erfahrung hat. In dem Augenblick kriegen die Leute so einen Bammel, dass sie am liebsten in ihrem Kokon bleiben wollen. Und dann sagen sie häufig, ja, ich habe tausend Ideen, aber ich kann mich nicht entscheiden. Und die Lösung in dieser Situation, wenn man also da ist, dass man wirklich eigentlich schon weiß, worum es geht, ist, dass man ein einziges Wort sagt. Ja. Und ja heißt, dass man sich dafür entscheidet, ich mache das. Ich habe Schiss, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, ich werde bestimmt Rückschläge wegstecken müssen, ja, ich werde es bestimmt ein paar Mal auf was semmeln, ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich das alles meistern soll, und ich sage trotzdem ja dazu. und in dem Augenblick, wo du diese Entscheidung triffst, verwandelt sich dein ganzes Leben. Und vielleicht kann ich an dieser Stelle eine persönliche Geschichte erzählen, weil ich selber durch diese Phasen auch durchgegangen bin. Zum Beispiel war das so, dass ich in den 90er Jahren in einer ziemlich heftigen Krise war. Ich war damals so mit Marketing unterwegs und ich hatte mich selbstständig gemacht, ich war vorher Marketingleiter gewesen, war dann Marketingberater und bin in eine richtig schwere, heftige Krise reingeraten. Ich hatte das Gefühl, das Leben hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Da klappte gar nichts mehr. Die Aufträge kamen nicht rein. Ja, ich war irgendwie damals irgendwie auch, hatte viele schwierige Stimmungen, ich habe mich mit vielen Leuten auch gefetzt oder sowas, das war mehr als unangenehm. Ich war alleine. Ich war seit ein paar Jahren Solo und habe auch irgendwie keine Frau gefunden, wo irgendwie das, sieht man aber so, vielleicht von so ein paar One-Night-Stats oder sowas ab, da war nichts irgendwie Solides da. Und es war furchtbar, es war furchtbar, ich habe da wirklich gelitten wie ein Hund und ich wusste eigentlich im Inneren, ja, du möchtest eigentlich Trainer und Coach werden. Das war eigentlich schon klar, das war schon seit meinem 16. Lebensjahr klar und trotzdem hatte ich Bammel davor, weil ich Angst hatte zu versagen, weil ich Angst hatte, dass wenn ich vor die Leute trete, dass die mich irgendwie in die Tomaten bewerfen oder faulen eiern, dass ich da vielleicht losen würde, dass ich vielleicht auch später irgendwelchen Leuten sagen müsste, ja, ich habe es versucht, aber leider habe ich es irgendwie, es ist den Bach abgegangen, ich habe es an die Wand gefahren oder was auch immer. Davor hatte ich Angst, ich hatte echt Angst. Und meine Situation wurde immer schlimmer, weil das Finanzamt wollte dann aus den guten Zeiten plötzlich nochmal Steuernachzahlungen haben, Auftragslage war nach wie vor weiterhin beschissen und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann eines Samstagabends wurde mir plötzlich klar, dass diese gesamte Misere meiner Situation einfach was damit zu tun hatte, dass ich nicht Ja zu meinem Ding, zu meiner Berufung gesagt hatte. Und das war ein Punkt, an dem es mir so scheiße ging, wo ich gedacht habe, was hast du jetzt noch zu verlieren? Da ist nichts zu verlieren, beschissener, es kann höchstens noch beschissener werden, also pack die Sache jetzt an irgendwie und sag Ja zu deiner Geschichte. Und das Interessante ist und das hat wirklich mein Leben fundamental verändert, so fundamental, dass ich auch das Leben auf eine ganz andere Art und Weise begriffen habe. In dem Augenblick, wo ich Ja gesagt habe, hat sich mein Leben auch wirklich verändert. Und zwar habe ich schon innerhalb der nächsten Wochen wie durch Zauberhand Aufträge reinbekommen und zwar richtig gute Aufträge, die mir so ermöglicht haben, irgendwie erst mal mein Geld zu verdienen, auch mit Marketing übrigens, aber ich wusste plötzlich, das Geld ist jetzt da, jetzt kannst du dich irgendwie um deine Trainergeschichte kümmern. Und mir kamen plötzlich irgendwie, mir wurden dann Leute einfach ins Leben geführt, die auch was mit Training zu tun hatten, mit denen ich mich unterhalten konnte, mit denen ich dann die Ideen weiter ausbaldoern konnte und so ist es dann letztendlich dahin gekommen, dass ich mich dann 2000 auch selbstständig gemacht habe und seitdem bin ich irgendwie als Trainer und Coach unterwegs. Und der Bammel, den ich damals hatte, der hat mich auch noch ein bisschen eine Zeit lang auch noch begleitet in dieser Phase. Es war also nicht so, dass ich dann, hey, jetzt habe ich meinen Ruf, tschakka, jetzt ist alles cool, jetzt werde ich das alles klar machen, sondern auch als ich losgegangen bin, hatte ich noch ein bisschen wackelige Knie, aber das Schöne ist, wenn man sich dann darauf einlässt und einfach losgeht und Erfahrung sammelt, dass da mit der Zeit mehr Sicherheit reinkommt und dadurch auch viel mehr Freude reinkommt, dass du plötzlich merkst, ey, du hast das, guck mal, du bist jetzt gerade hier mit Leuten und machst dieses Training, ist das nicht großartig. Oder schreibst deine erste Rechnung und denkst, ey, cool, guck mal, jetzt hast du mit was Geld verdient, was du echt liebst. Und wenn man das versteht, dass das kein digitaler, ein Ausschalter ist, sondern so ein bisschen so ein analoger Prozess, dass man Ja sagt, das ist das, was man wirklich macht und sich dann darauf einlässt und auch innerlich führen lässt, dann wird das was. So, dann gehen wir direkt zur nächsten Frage von Claude und Manuela. Ja, wie verdiene ich überhaupt damit Geld? Wie finde ich meine Nische? Oder der Friedrich fragt auch, am meisten beschäftigt mich die Frage nach dem Weg vom Erkennen der Berufung zum marktfähigen Angebot, ja, dass einfach Geld einbringt. Das ist eine sehr, sehr gute Frage und auch dafür gibt es meines Erachtens eigentlich einen relativ klaren, strukturierten Prozess, wie man vorgeht. Du beginnst damit, dass du zunächst mal für dich klarkriegst, so, was ist mein Thema, was mich begeistert und dann gehst du als nächstes hin und interviewst Leute, die diese Begeisterung teilen. Also, die sich tatsächlich auch mit diesem Thema auseinandersetzen, die da viel Spaß mit haben. Also, nehmen wir mal an, dein Thema ist, du willst auch etwas mit Pferden machen, als Beispiel. Dann würdest du dich einfach mit anderen Leuten erstmal austauschen, die auch Pferde haben und du stellst ihnen als erstes die Frage, welche Schmerzpunkte sie haben, welchen Kittelbrennfaktor, ja, welchen Engpass sie haben. Und der Grund, warum du diese Fragen stellst, ist, dass du rauskriegen willst, wo haben die einen Bedarf, wo brauchen die was. Weil, ohne einen echten Bedarf, also ohne ein echtes Problem, das bei den Leuten existiert, gibt es auch nichts, was du anbieten kannst. Und das machen zum Beispiel, ich habe bei den Fragen gesehen, zum Beispiel, viele Trainer und Coaches haben zum Beispiel gesagt, ja, ich habe hier schon so viel Ausbildung gemacht, ja, und biete auch schon so viel an, habe Flyer verteilt, Webseite aufgebaut und so weiter und so fort und trotzdem kriege ich nicht genug Kunden und ich befürchte, dass einer der Gründe einfach darin besteht, dass die Leute kein echtes Problem gefunden haben, das sie lösen können. Ja, und man muss dabei auch ein bisschen darauf achten, dass man wirklich auch frische Probleme löst. Es gibt bestimmte Bereiche, ja, wo es schon so viele Problemlöser gibt, wo man als Neuling, als Einsteiger, als Anfänger kein Bein an den Boden bekommt. Ja, da tritt man mit Leuten in den Mitbewerb, die diesen Markt sozusagen schon für sich eingenommen haben. Das heißt, du guckst in den Interviews, was gibt es denn für frische Probleme, die momentan auch wirklich keiner löst. Wo die Leute sagen, ey, wenn du das lösen kannst, dann wäre ich bereit, dafür auch Geld zu bezahlen. Das ist der erste Schritt, also wirklich in Interviews rauszukriegen, was ist es denn, ja, was den Leuten momentan Schwierigkeiten bereitet, wo denen der Schuh drückt. Sobald du das klar hast und wirklich auch in Interviews für dich gerade gezogen hast, ist dann die nächste, ist der nächste Schritt, dass du nach einer Lösung suchst. Und die Lösung kann ganz unterschiedlich ausfallen. Das hat jetzt wirklich auch was mit dir zu tun und was du da an die Rampe schieben kannst. Der eine oder der andere kann zum Beispiel vielleicht, weil er schon von früher her Know-how hat, ja, tatsächlich irgendwie auch was bestimmtes Spezifisches lösen. Jemand, der vielleicht noch gar kein Know-how hat, würde sagen, gut, ich kann das eigentlich jetzt mit meinen Bordnütteln gar nicht lösen, aber ich könnte mich ja mal umgucken. Vielleicht gibt es ja irgendwo auf dem Globus jemanden, der das schon gelöst hat. Vielleicht gibt es ja in den USA jemanden, der genau dieses Thema schon gelöst hat, aber der ist in Deutschland noch unbekannt und vielleicht kann ich dessen Lösung rüberholen. Vielleicht finde ich sogar jemanden, der das gemacht hat und schreibt dafür eine Anleitung und stellt das zum Beispiel ins Internet. Das könnte eine Möglichkeit sein. Oder ich bin eben als Händler unterwegs und biete das dann in dieser Form an. Oder wie auch immer. Oder ich vermittle die Leute, die da hinkommen. Oder vielleicht erkenne ich auch, ja, da ist eine Marktlücke. Ich könnte das auch schaffen, aber ich muss noch ein bisschen was dazu lernen. Mache ich vielleicht noch mal eine Ausbildung oder besorge ich mir die Ressourcen, ja, schaffen wir das drauf und entwickle so eine Lösung, die dieses Problem tatsächlich löst. Das ist der zweite Schritt, dass du jetzt eine Innovation entwickelst, also etwas, das tatsächlich dieses Problem packen kann. Bevor du aber losgehst und das jetzt großflächig vermarktest, machst du noch mal Interviews mit dieser Zielgruppe und kriegst erst mal raus, ist das das Richtige für euch? Würdet ihr das kaufen? Du setzt dich auch hin und kalkulierst mal die ganze Schose durch und sagst, also ich kann dir das anbieten, das hat die und die Funktion, man kann manchmal auch einen Prototypen bauen oder es einfach mal so zeigen und dann fragst du nach und das würde das und das kosten. Wäre das okay für dich? Würdest du es kaufen? Würdest du jetzt unterschreiben? Ja, dass man wirklich mal so das auf Herz und Nieren prüft und erst wenn du hier auch von der Zielgruppe in den Interviews ein klares Ja bekommen hast, erst dann gehst du hin und sagst, und jetzt brauche ich darauf eine Selbstständigkeit auf. Jetzt fängst du an, dieses Produkt zu entwickeln, diese Dienstleistung und so weiter zu entwickeln, dann musst du auch ein Marketingkonzept entwickeln und so weiter und so fort und dann schiebst du es an die Rampe. Zusammengefasst muss man also sagen, die Antwort, wie du deine Nische findest, findest du nicht bei dir, sondern im Dialog mit den anderen. Und wenn du diesen Engpass findest, die Innovation entwickelst und das geprüft hast, dann bist du bereit, rauszugehen und dann ist die Chance so hoch, dass du damit auch erfolgreich bist. So, dann kommen wir jetzt direkt zur nächsten Frage von Marc und Ulrike. Ja, wie kann man den Mitmenschen klar machen, dass das die Berufung genau das richtige Verein ist und wie kann man zum Beispiel mit negativen Antworten umgehen, wie zum Beispiel, das klappt sowieso nicht oder du hast einen sicheren Job. Warum gibst du das jetzt auf? Das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, dass man, wenn man seine Berufung entdeckt hat, mit möglichst wenig Menschen darüber spricht. Weil, wenn du es gerade frisch entdeckt hast, ist es sehr wahrscheinlich so, dass du innerlich noch unsicher bist, dass dein Verstand noch viele, viele Fragen hat, die sich als Zweifel äußern und wenn du in der Situation rausgehst und mit anderen Leuten sprichst, werden sie dir das nur widerspiegeln. Die spüren, dass du unsicher bist, ja, beispielsweise und, ja, geben dir das dann zurück. Dann hast du gesagt, irgendwie, passt das doch gar nicht zu dir oder, ne, die spiegeln dir vielleicht so die Zweifel und sagen dann, ja, wie willst du denn damit Geld verdienen oder was ist denn, wenn das jetzt in die Hose geht, wie stehst du denn dann da, ne, oder gib doch nicht den sicheren Job auf und so weiter und so fort. Das heißt, in dieser Phase, wenn du es gerade frisch für dich klar hast, würde ich noch nicht großartig Gespräche mit anderen führen. Es sei denn, du hast einen Freund oder eine Freundin oder einen Partner oder Partnerin, die wirklich gut zuhören können und die dich auch ermuntern können, ja, deinem Herzen zu folgen. Aber die meisten Menschen können das nicht. Die meisten Menschen sind selber voller Zweifel und Unsicherheiten und deswegen kann so ein Gespräch ziemlich schnell nach hinten losgehen. Der bessere Weg ist, dass du zunächst mal dir über deine eigenen Zweifel im Klaren wirst und am besten sogar aufschreibst. Also wirklich auf dem Zettel, ja, was passt alles an dieser Idee noch nicht, ja, ich weiß nicht, wie ich damit Geld verdienen soll, ich weiß nicht, wie ich die ersten Kunden bekommen soll und so weiter und so fort, dass du alles aufschreibst, den Verstand auch beauftragst, dafür erstmal erste Antworten zu finden und sobald du ein Konzept hast, wo du das Gefühl hast, ja, das könnte schon passen, wo du das Gefühl hast, das könnte was sein. Du bist dir nicht hundertprozentig sicher, aber du hast so eine Ahnung, das könnte gehen. Dann, und erst dann solltest du das Gespräch mit anderen Leuten suchen und du solltest das so führen, dass du zunächst mal, wenn du mit den Leuten sprichst, dir auch Notizen machst. Das heißt, dass du auch deren Einwände aufschreibst und gar nicht großartig darauf eingehst, sondern es erstmal nur zur Kenntnis nimmst, da gibt es vielleicht noch Gegenstimmen oder Gegenmeinungen und wenn du merkst, ja, das verunsichert mich jetzt auch, stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ist das Gold wert. Weil in der Situation merkst du, an welchen Stellen hast du noch blinde Flecken gehabt und kannst dann als nächstes losgehen und auch darauf Antworten finden. Und so kannst du dann vielleicht mit der etwas erweiterten Antwort wieder ein Gespräch führen, gucken, ist der andere jetzt von überzeugt, ja oder nein, und so kannst du es nach und nach meines Erachtens schon ziemlich wasserfest bekommen. Also zusammengefasst, erstmal für dich ein bisschen Standfestigkeit gewinnen, die wichtigsten Fragen beantworten, sobald du ein Konzept hast, rausgehen, Fragen und die Zweifel und die Kritik nutzen, um das Konzept richtig, richtig gut zu machen. So, jetzt kommen wir zur nächsten Frage von dem Friedrich, der schreibt, meine Berufung ist das Schreiben und er möchte gerne ein Buch veröffentlichen und das ist sein Traum, aber er hat keinen Plan, weiß nicht ganz genau, wie er damit erlaufende Einnahmen damit realisieren kann. Man muss dazu wissen, wenn man seine Berufung realisieren möchte, das ist nichts, was man jetzt, sage ich mal, in ein, zwei Wochen erledigt und einen Haken daran macht, sondern das ist im Prinzip so etwas wie eine Art Lebensaufgabe. Und wenn du Ja zu deiner Berufung sagst, ist es wichtig, dass du auch eine Idee davon bekommst, an welcher Stelle du jetzt eigentlich genau stehst. Und ich differenziere hier an dieser Stelle zwischen einem Anfänger, einem Laien, einem Azubi, einem Profi und einem Meister. Ein Anfänger ist jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, der würde zum Beispiel zu mir in ein Quest-Seminar kommen und sagen, ich habe keine Ahnung, was meine Berufung ist. Wenn jemand etwas entdeckt hat, was er liebt, wo er sagt, ja, da geht mein Herz auf, da fangen meine Augen an zu leuchten, ist er ein Laie. Er hat ein Thema gefunden, er kennt sich da vielleicht auch schon ein bisschen drin aus, aber er hat noch nicht richtig Erfahrung damit gesammelt. Das ist der Laie. Und deswegen ist die nächste Stufe der Azubi. Und der Azubi, das ist, sage ich mal, im ganz klassischen Sinne ein Auszubildender, der noch was lernen muss, aber auch schon erst das Geld verdient. Das ist so das Wesen eigentlich des Auszubildenden. Und das heißt jetzt mal ganz praktisch gesprochen, wenn er Friedrich ein Buch schreiben möchte und er hat vielleicht noch gar nicht so viel Ahnung, wie das Ganze funktioniert, wie auch der ganze Markt funktioniert und so weiter und so fort, dann sollte er in der Phase zusehen, dass er irgendwie auf gewisse Art und Weise schon mal einen Namen hat, vielleicht nicht direkt über das Schreiben, sondern durch irgendwas anderes, dass er vielleicht einfach erst mal einen Job hat oder annimmt und damit seine Brötchen verdient und gleichzeitig aber trotzdem kontinuierlich auch schreibt. So habe ich das auch gemacht. Ich habe zum Beispiel meine ersten Trainings 1991, 1992 gegeben und ich habe das nebenberuflich gemacht. Und ich habe das auch mehrere Jahre lang erst mal so nebenbei gemacht und das war für mich Gold wert, weil ich war noch nicht darauf angewiesen. Ich musste jetzt nicht damit schon gleich jeden Monat meine Miete und das alles bezahlen, sondern ich hatte Zeit, sozusagen erst mal mich zu entwickeln, auch Erfahrungen zu sammeln, auch vielleicht mal ein Training an die Wand zu fahren, aber daraus dann eben zu lernen, es auch besser zu machen. Und diese Phase brauchen wir alle in unserer beruflichen Entwicklung. Das heißt zum Beispiel für den Friedrich könnte es durchaus so sein, dass er einfach zusieht, dass er schon mal sein erstes Buch veröffentlicht. Vielleicht ist es gar nicht was langes irgendwie, vielleicht 60 Seiten, das gibt er als E-Book irgendwie ins Internet. Vielleicht verkauft er es irgendwie für kleines Geld, vielleicht gibt er es frei raus und holt sich darüber auch Feedback, was er vielleicht besser machen kann. Das ist diese typische Azubi-Phase. Und bei mir war das zum Beispiel auch so, dass ich damals so Coachings gegeben habe, dass ich auch so Coaching-Gruppen geleitet habe für kleines Geld, wo ich auch nicht unter Druck stand, dass die Leute jetzt hier mir viel Geld auf den Tisch legen und ich dann aber auch gleich Ergebnisse zaubern musste, sondern es war einfach so ein Arrangement. Ich konnte Erfahrungen sammeln, die anderen haben mir auch ein bisschen was gegeben und dadurch habe ich sozusagen eine gewisse Reife über die Jahre hinweg entwickeln können, dass ich heute ganz gelassen mit solchen Situationen umgehen kann und auch weiß, wie es funktioniert. So, das ist die Azubi-Phase. Und erst, wenn du wirklich was gefunden hast, was du auch gut kannst, ja, also wo du sozusagen deine Entwicklung so weit vorangetrieben hast, dass du auch richtig gut drinne bist, das ist nämlich notwendig, es reicht nicht, dass du was hast, was dich nur begeistert, sondern du musst auch schon Fähigkeiten mitbringen, damit das Ganze gelingen kann. Und wenn du was gefunden hast, wo du auch merkst, da kaufen die Leute auch, das wollen die wirklich haben, erst in dem Augenblick kannst du ins Profilager überwechseln und das Profilager heißt dann, dann lebst du auch davon. Das ist dann wirklich dein Beruf dann. Aber da solltest du schon im Prinzip meines Erachtens schon so viel Einnahmen im Vorfeld generiert haben, dass du merkst, jo, das ist so eine ständige Einnahmequelle, das funktioniert. Beispielsweise, ja, ich mache jeden Monat damit meine 500 bis, sag ich mal, 1000 Euro, ja, als Nebenverdienst, das haut hin und ich merke so, da ist noch viel mehr Nachfrage da und jetzt ist es eigentlich falsch, noch in einem alten Job, der vielleicht gar nicht so gut bezahlt ist, hängen zu bleiben. Jetzt ist die Zeit reif, jetzt mache ich sozusagen all in, jetzt setze ich alles auf die Karte und dann legst du los und machst den Profi. Aber, das solltest du erst machen, wenn du wirklich gemerkt hast, jo, das Ding läuft und es läuft auch kontinuierlich und ich bin auch gut drin. Und das ist auch mein Tipp für den Friedrich, sieh zu, dass du jetzt in dieser Phase deine Einnahmen irgendwie geregelt bekommst, mach was, wo du erst mal Geld reinkriegst, damit du deinen Verpflichtungen nachkommst, damit du auch nachts ruhig schlafen kannst und baue sukzessive dein Schriftsteller-Business aus, ne, schreib Blog, mach was auch immer, der Markus Zerenack hat dazu ein super Interview auch gegeben zum Thema Lifestyle-Business, ja, dass du da sozusagen nach und nach das Business aufbaust, bis du dann soweit bist, richtig auszugeben. So, dann kommen wir zu der nächsten Frage von der Audette. Wie schaffe ich es, dass aus der Selbstständigkeit nicht wieder ein neues Hamsterrad führt? Also, das ist eine sehr gute Frage und ich vergleiche gerade diese Anfangsphase, wenn du dich selbstständig machst, so ein bisschen damit, wie wenn du ein Kind bekommst. Also, wer selber Papa oder Mama ist, weiß ziemlich genau, wovon ich spreche. Das bedeutet, gerade, wenn man Papa oder Mama geworden ist, dass die Kinder schon die volle Aufmerksamkeit brauchen und dass du viel Zeit da rein investieren musst, damit das Ganze erstmal auch richtig in Schwung kommt und auch tatsächlich läuft. Und bei Kindern ist es so, je älter die werden, desto entspannter wird das dann wieder und relaxter wird das auch. Dann können die sich schon selber spielen, haben dann Freunde und so weiter und so weiter. Und das Gleiche gilt auch für dein eigenes Geschäft. Das heißt, im Laufe der Zeit entwickelst du einfach mehr Routine, du hast deine Abläufe, klar, du hast ja auch eine Kundschaft aufgebaut, wo regelmäßig Aufträge herkommen, sodass du einfach entspannter und relaxter damit umgehen kannst. Aber im Klartext bleibt es dabei, das braucht man gar nicht zu beschönigen. Zu Anfang musst du mehr Energie da reinstecken, damit das Ganze erstmal richtig ins Rollen kommt und auch tatsächlich läuft, wenn du deine Aufträge hast. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, warum wir in so ein Hamsterrad reingeraten können, ist, dass der Verstand, weil er merkt, naja, das ist ja alles noch nicht so ganz in trockenen Tücher, uns innerlich auch sehr stark antreiben kann. So nach dem Motto, hast du alles genau gemacht, irgendwie musst du nicht noch vielleicht ein bisschen mehr machen, sitzt noch mal zwei Stunden dran und recherchiert noch mal was im Internet. Und das hat wesentlich was damit zu tun, dass der Verstand auch noch nicht genau weiß, ja, wie macht man es denn jetzt eigentlich wirklich ganz genau. Und in Situationen, in denen uns die Erfahrungen fehlen, wo wir kein Know-how haben, keine Informationen, auf die wir zugreifen können, ist es umso wichtiger, dass wir mit unserer inneren Führung arbeiten. Und eine Methode, die ich zum Beispiel in meinen Seminaren den Leuten beibringe, ist etwas, was ich als inspirierte Aktion bezeichne. Das heißt zum Beispiel, dass du morgens an deine Vision denkst, das, was du gerne erreichen möchtest. Also beispielsweise, dass du sagst, ich bin jetzt selbstständig und ich habe die und die Kunden und ich mache die und die Geschäfte und verdiene das und das Geld und ich sehe auch, wie ich, was weiß ich, das, was ich da liebe, gerade besonders tue oder ich habe Spaß mit den Produkten, die ich da entwickelt habe. Und du gehst also sozusagen in diese Vision, in diese Zukunftsvorstellung voll rein, sodass du es sozusagen aus eigenen Augen erlebst und auch die Freude dabei fühlst. Freude ist dieser Zugang ja auch zu deinem Herzen, zu deiner inneren Stimme. Und aus diesem Zustand der Freude heraus fragst du dich dann, okay, was ist denn jetzt, heute, der nächste konkrete Schritt, den ich jetzt angehen kann. Und dann kommt häufig ein Impuls. Vielleicht solltest du heute mal den und den anrufen und mal gucken, ob ihr da nicht was gemeinsam auf die Beine stellen könnt. Oder heute ist mal der perfekte Tag, dass du mal irgendwie die ganzen Zahlungsgeschichten mal durchgehst, dass du eine Buchhaltung im Schuss hast. Oder heute ist der Tag, wo du was Bestimmtes im Internet recherchieren solltest. Oder heute solltest du vielleicht schon mal Ideen entwickeln, was du nächstes Jahr an neuen Produkten oder Dienstleistungen auf den Markt bringen möchtest. Das heißt, du lässt dich sozusagen von innen herausführen, von der Freude herausführen und so bekommst du Impulse oder Anregungen, die du dann konkret umsetzen kannst. Das entlastet den Verstand und in der Regel ist es so, dass diese Impulse dich auch zu dem Erfolg führen, in den meisten Fällen würde ich sogar sagen, dich zu einem Erfolg führen, sodass du dein Ziel noch viel, viel schneller erreichen kannst. Wenn die Leute jetzt mehr mit dir machen möchten, welche Möglichkeiten gibt es denn da jetzt? Für diejenigen, die sagen, hey, ich finde das cool, ich würde gerne da jetzt auch ein bisschen mehr mitmachen, gibt es zwei Seminarangebote. Das erste ist der Questkurs und da geht es im Wesentlichen erstmal darum, nur, in Anführungsstrichen, die eigene Berufung klarzubekommen. Also was ist denn eigentlich deine Aufgabe? Was ist eigentlich dein persönlicher Lebenssinn? Was ist das, was sozusagen dir Freude und Erfüllung bringt? Und ich helfe den Leuten in diesem Seminar, diese innere Stimme zu erkennen, zu entdecken, mit ihr zu arbeiten und auch diese Berufung wirklich auf den Punkt zu bekommen. Dass man eine Klarheit hat, in welche Richtung soll es gehen. Und das Ende dieses Seminars gibt dann nochmal Hinweise, was man jetzt als nächstes machen kann. Ob man zum Beispiel sagt, ich möchte das lieber als Angestellter machen, also dass ich sozusagen meinen Traumjob suche. Oder es kann auch vielleicht sein, dass jemand sagt, ey, ich möchte mich gerne damit selbstständig machen. Bis dahin geht dieser erste Kurs. Diejenigen, die sagen, ich würde mich gerne damit selbstständig machen, denen kann ich das Quest Gründercamp anbieten. Und das ist ein Kurs, der geht über zwölf Monate. Und wir starten wirklich ganz zu Anfang, dass wir genau das machen, was ich vorhin auch schon mal so erläutert habe, dass du anfängst, die ersten Interviews zu führen, Schmerzpunkte rausfinden, dass du dann in diese Innovationsphase gehst, dass du Geschäftsideen entwickelst, dass du dann in die Validierungsphase gehst, das heißt, die Geschäftsideen überprüfst. Wenn du dann merkst, du hast das Richtige gefunden, auch Kalkulationen, all die ganzen anderen Sachen klar zu ziehen, dein Produkt an die Rampe zu schieben, das heißt also zu launchen, deinen ersten Gewinn einzufahren und dann alles auf Wachstum zu stellen. Und dieser Kurs ist bewusst über zwölf Monate angelegt, weil das auch eine Zeit ist, die man braucht, um, sage ich mal, eine Selbstständigkeit wirklich auf die Beine stellen zu können. Das schafft man nicht mal in vier Wochen, das ist aus meiner Sicht Blödsinn, sondern es braucht einfach ein bisschen Zeit. Man schafft sich da ja auch ein Fundament fürs Leben, das soll ja nicht nur für die nächsten Monate, sondern Jahre eine Basis sein. Das wäre ja schade, wenn man sich eine Geschäftsidee verrennt, die dann nicht funktioniert und dann hat man viel Zeit und vielleicht auch Geld versenkt. Und bei dem Quest-Gründercamp machst du es wirklich von der Pike auf. Du musst auch zu Anfang überhaupt nicht viel Geld investieren, sondern kannst wirklich erstmal in Ruhe testen, sicher gehen, dass du mit der Geschäftsidee richtig liegst und dann auch mit den Mitteln, die du zur Verfügung hast, wirklich das erste Produkt auch an die, oder erste Dienstleistung an die Rampe zu schieben und so dann auch dein Geld zu verdienen. Und das sind die beiden Angebote, die ich den Leuten anbieten kann. Und ich glaube, das Angebot ist vor allen Dingen für die Leute gut und richtig, die auch wünschen, dass sie ein bisschen dabei begleitet werden. Genau das findet nämlich auch in diesen Kursen statt. Ich mache das so, dass ich mit den Leuten Webinare mache, wo ich sie auch live durch die einzelnen Prozesse durchführe. Sie kriegen Audio- Video-Lektionen und wenn sie Fragen haben, Unterstützung brauchen, stehe ich ihnen auch im Forum zur Verfügung. Und das Ganze wird noch flankiert dadurch, dass es auch interaktive Werkzeuge gibt, Meditationen gibt, aber im Wesentlichen, dass sie, wann immer sie Fragen haben oder Unterstützung brauchen, dass ich tatsächlich auch für sie da bin. Vielen Dank, Martin, für die Beantwortung aller Fragen. Ich danke dir auch, Norbert, und ich sage auch nochmal ein großes Dankeschön an euch alle, die ihr dieses Web-Festival unterstützt habt. Vielen Dank für eure Fragen und hoffentlich bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.